Ich mache es noch eins konkreter. Ich habe hier auf dem Parteitag, da werden am Saaleingang kostenlose Magazine zum Mitnehmen verteilt. Da kann man sich Kalender bestellen, Männer der Waffen-SS unter Hervorhebung ihrer Waffentaten. Das kann ich mir gar nicht, ja genau. Wie kann sowas bei der AfD völlig normal sein, dass sowas hier kostenlos direkt am Saaleingang verteilt wird? Da gibt es auch sogar Bilder, Kalender zu bestellen mit den schönsten Aktfotos von 1920 bis 1945. Aktfotos. Ist das für die AfD völlig normal, dass man sowas hier auf dem Parteitag verteilen kann? Nein, das ist überhaupt nicht normal. Also ich wundere mich gerade. Das liegt schon seit drei Tagen aus hier am Eingang. Ja, ich bin da hinten am Arbeiten. Ich sehe das da vorne nicht. Das muss ich mir angucken. Komisch, Sie als Chefin haben da keinen Einfluss drauf gehabt vorher. Das ist ein ganzer Stand von diesem Verlag. Ach ja, tatsächlich. Das ist natürlich... Ja, was soll ich dazu sagen? Dazu kann ich gar nichts mehr sagen.